Wir spielen nach außen und wir spielen Longline flach. Das ist sicher, das ist bequem und soll der vorne gucken, was er macht. Ich habe damit nichts zu tun. Was haben wir gemacht? Wir wollten das nicht haben. Wir wollten diagonal flach haben und zwar diagonal von hinten nach vorne und von vorne weiter nach vorne ins letzte Drittel. Wir haben einfach die Ecken unserer Felder abgeschnitten. Also das heißt, wir haben trainiert auf zwei Tore und das Feld, müssen Sie sich vorstellen, da war das Tor und dann waren vielleicht noch seitlich vom Tor die normale Seitenlinie. Und dann gab es keine Ecke, sondern es ging diagonal weg. Wir haben in einer Raute gespielt, in einem diamantförmigen Spielfeld haben alle unsere Spiele stattgefunden. Und wieso? Weil das unser Prinzip war. Diagonal flach ist bis heute ein Spielprinzip von Mainz 05 oder von mir, meinem Trainerteam und der Mannschaft. Und wir zwingen dadurch unsere Spieler in dieses Prinzip, aber wir erhalten in den Leitplanken, die das Feld vorgibt, ihre maximale Kreativität. Also es gibt keine Vorgabe, wie er in diesem diamantförmigen Spielfeld klarkommt. Und das wollen wir auch gar nicht, denn das verändert natürlich meine Coaching-Rolle extrem. Ich wollte, und bis heute möchte ich das nicht. Ich möchte nicht derjenige sein, der bei jedem Longline-Pass nach vorne in die Triller pfeift und sagt, nein, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst diagonal, das will ich überhaupt nicht sein. Das nutzt sich ab. Nein, dann schneide ich einfach das Feld ein, dann brauche ich diesen Zuruf, diese Unterbrechung brauche ich nie mehr machen. Ich kann ihn beobachten, wie er in diesem Raum klarkommt und ich kann ihm helfen, besser klarzukommen. Dann bin ich sein Unterstützer. Im anderen Fall bin ich sein Kritiker und der, in dem er es nie recht machen kann und so weiter. Das verändert meine Coaching-Rolle in der Art und Weise, wie ich sie unbedingt haben wollte und bis heute haben möchte. Diese Trainingsmuster, diese Verhaltensweisen sind bis heute geblieben. Die haben wir erweitert, aktualisiert über neueste Erkenntnis der Gehirnforschung, die damit einfließen. Das bedeutet, wir trainieren unendlich viele Wiederholungen, aber wir trainieren niemals einschleifend. Es gibt keine Einschleifende. Das ist keine Einschleifende. Vielen Dank.